Musik Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern. Heute geht es wieder weiter mit dem Hotzenplotz. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dazuhören wollt und dabei sein möchtet. Die Geschichte für heute heißt So dumm wie möglich. Am nächsten Morgen musste Kasperl dem großen Zauberer einen ganzen Waschkessel voll Kartoffelmus kochen und Zwackelmann legte den Löffel erst aus der Hand, als der Kessel leer war. Dann wischte er sich zufrieden mit einem Zipfel des Zaubermantels den Mund ab. Ja und ich? fragte Kasperl enttäuscht, denn er hatte gehofft, dass ihm Zwackelmann etwas übrig ließ. Keine Sorge, mein Lieber. Der Zauberer schnackelte mit den Fingern und zauberte ein Brot herbei, dazu Butter und Käse. Dies ist für dich, Seppel, sagte er, aber warte noch mit dem Essen, ich habe dir etwas zu sagen. Er räusperte sich und begann. Heute muss ich dich hier allein lassen, denn ich reise zu einem Kollegen in Buxtehude und werde erst in den späten Abendstunden zurückkehren. Wenn du hungrig bist, geh in die Speisekammer und hol dir, was du magst. Im Übrigen wirst du arbeiten. Merk dir, was du tun sollst. Erstens, sechs Eimer Kartoffeln schälen und klein schnippeln für das Abendbrot. Zweitens, drei Klafter Holz zersägen, spalten und aufstapeln. Drittens, den Fußboden in der Küche schrubben. Und viertens, im Kräutergarten die leeren Beete umstechen. Wiederhole es. Wie du befiehlst, großer Zauberer Spektophilius Zaschelschwan, sagte Kasperl. Er hatte sich vorgenommen, in Zukunft alles so dumm wie möglich zu machen. Damit wollte er Petrusilius Zwackelmann zur Verzweiflung bringen. Vielleicht wurde der große Zauberer dann ja so wütend, dass er ihn aus dem Schloss jagte. Jetzt tat Kasperl so, als müsste er angestrengt nachdenken. Er verdrehte die Augen und dann kratzte er sich im Genick. Und Petrusilius Zwackelmann sah sich das eine Weile an und dann wurde er ungeduldig. Los, los, rief er. Siehst du nicht, dass ich weg möchte? Mach den Mund auf und sag mir, was du tun sollst. Was ich soll, fragte Kasperl. Ich soll, ja zum Kuckuck, was soll ich denn? Also eben habe ich es doch noch genau gewusst. Aber jetzt, Augenblick mal, ich glaube, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Kasperl schob sich den Seppelhut aus der Stirn. Ich soll erstens sechs Eimer Kartoffeln zersägen, spalten und aufstapeln. Zweitens drei Klafter Holz schrubben. Drittens den Fußboden in der Küche schälen und kleinschnippeln für das Abendbrot. Und viertens, halt ein, rief der große Zauberer Zwackelmann. Aufhören mit dem Quatsch, auf der Stelle aufhören. Kasperl machte ein überraschtes Gesicht. Wieso aufhören, fragte er. Weil du alles verwechselst und durcheinander bringst. Fang doch einmal von vorne an. Sehr gern, großer Zauberer Repruzilius Fackelspahn. Ich soll erstens sechs Eimer Kartoffeln umstechen, zweitens den Fußboden in der Küche zersägen, spalten und aufstapeln, drittens im Kräutergarten die leeren Beete schrubben und viertens, was war doch das vierte noch gleich? Blödsinn, schrie Petrusilius Zwackelmann. Blödsinn, Blödsinn. Blödsinn, wieso, fragte Kasperl, wieso, Petrusilius Zwackelmann tippte sich an die Stirn, weil du dumm bist, stroh dumm bist du. Nicht mal die einfachsten Arbeiten kannst du dir merken, das ist zum Verzweifeln mit dir, zum Verzweifeln. Zornig stampfte der große Zauberer mit dem Fuß auf. Jetzt passiert's, dachte Kasperl, jetzt jagt er mich gleich davon. Aber leider, der große Zauberer Zwackelmann jagte ihn nicht davon, denn er brauchte ihn. Er schnackelte mit den Fingern und zauberte aus der Luft eine Flasche Doppelkümmel herbei. Damit spülte er seinen Ärger hinunter und dann sagte er, dass du ein Dummkopf bist, Seppel, ist zwar in mancher Beziehung sehr ärgerlich, hat aber unbestreitbar auch seine gewissen Vorteile. Kurz und gut, es genügt mir, wenn du bis heute Abend sechs Eimer Kartoffeln schälst. Schälst und klein schnippelst, wohlgemerkt, denn ich wünsche zum Abendbrot Bratkartoffeln zu speisen. Die anderen Arbeiten seien dir dummheitshalber erlassen. So, und nun muss ich mich sputen, sonst denkt mein Kollege in Buxtehude, ich hab ihn vergessen. Der große Zauberer, Petruselius Zwackelmann, eilte empor auf die oberste Plattform des Schlossturmes. Dort breitete er seinen weiten, mit roten und gelben Zeichen bestickten Zaubermantel auf den Fußboden, setzte sich mittendrauf und sprach einen Zauberspruch. Da erhob sich der Mantel mit ihm in die Lüfte und trug ihn nach Buxtehude. Ja, und Kasperl? Nachdem er das Butterbrot und den Käse verdrückt hatte, ging er an die Arbeit. Er saß in der Schlossküche, schälte Kartoffeln und dachte nach. Er musste vor allem an Seppel denken. Gestern beim Aufbruch hatte ihn Hotzenplotz mit dem linken Fuß an die Wand seiner Räuberhöhle gekettet, im finstersten Winkel hinten, zwischen dem Pulverfass und der Pfeffertonne. Ob er noch immer dort an der Kette lag, auf dem kalten Steinboden? Wenn er ihm wenigstens eine Handvoll Stroh oder eine Decke gegeben hätte, der Hotzenplotz, dachte Kasperl. Und je länger er sich um Seppel Gedanken machte, desto sehnlicher wurde sein Wunsch zu erfahren, wie es ihm seither in der Räuberhöhle ergangen war. Das war's schon wieder. Wie es weitergeht, erfahrt ihr morgen. Und ich sage bis dahin, Tschüss, bis morgen in alter Frische. Tschüss, eure Heike. Kuppel